Kurze Vorwarnung, dieser Podcast enthält Produktplatzierungen. Und das aber aus bestimmten Gründen, weil wir machen jetzt heiteres Werberaten der 90er-Jahre. Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er-Jahre. Der Live-Radio 90er-Podcast. Mit Silli Riegler und Andi Hohenwater. Hier we go! Das ist doch immer wieder klasse, oder? Wenn man über die 90er redet, automatisch... Das ist erschreckend eigentlich, was man da noch weiß. Nach fast 30 Jahren kann man sich noch an die Spots und an die Produkte erinnern. Ja, weißt du, ich glaube sogar, dass die Werbung damals irgendwie... Ich meine, besser nicht, aber auffallender. Oder weiß ich nicht. Oder hat man einfach mehr gefernseht, weil jetzt tut man Streaming, da hat man ja keine Werbung. Auch das ist möglich, gell? Oder weil jetzt, ich würde... Also wenn ich jetzt sag, schon ein Werbeslogan... Ich meine, Radiowerbung, die hören wir ja auch gerade, also gerade wir natürlich oft genug, aber... So wie damals, diese richtigen... Das stimmt. Darum machen wir jetzt mit euch heiteres Werbungsraten, oder wie sagt man, Werbesatzraten. Das heißt, ich sage einen Werbesatz, ich habe jetzt drei rausgesucht und du, du kennst es ja noch nicht, du rätst einfach, welche Werbung das war. Kriege ich dann einen Preis? Ja, du kriegst dann einen Preis. Oh, ich bin sehr gespannt. Ganz was Tolles kriegst du, wenn ich mir das dann fertig überlegt habe. So, wir fangen jetzt an mit dem ersten Satz. Und das ist eigentlich mehr ein Song. Da hat man auch sofort einen Ohrwurm. Ich glaube, ich kann ihn gar nicht vorlesen, ich glaube, ich muss ihn eh singen. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Mit Zott-Sahne-Joghurt. Sahne frisch und... Bruch dich frei. Keine Ahnung. Nein, ins Weekend... Und dann kommt es... Lass dich mal gehen, schalt einfach ab, erlebt den sahnigen Geschmack. Mit Zott ins Weekend-Feeling. Und da wollen wir das extrem gut machen, da habe ich mir sogar das Original rausgezogen. Achtung. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Nicht? Mit Zott, Sahne-Joghurt, Sahne frucht dich frisch. Und dann hinein ins Weekend-Feeling. Ah, schön. Das war auch so schön, so positiv. Ja, eigentlich sollte man das covern. Da sollte man jetzt covern und einen Song draus machen. Ich glaube, der wird sofort... Auf die Eins. Ja. Das wäre unser Durchbruch. Nein, nein, super. Super. Okay, Nummer Zwei. Das ist leicht, glaube ich. Sie baden gerade Ihre Hände darin. Sie baden gerade Ihre Hände darin? Ja. Was? Nein. Geh. Echt jetzt nicht. Oder willst du ein bisschen Dramatik reinbringen? Nein, überhaupt nicht. Aber muss ich fragen, war das eine österreichische Fernsehwerbung? Weil da bin ich schlecht. Ich habe kein österreichisches Fernsehen geschaut. Vielleicht bin ich da deswegen... FS1 und FS2 hast du nicht geschaut? Nein. Okay. Also wie? Sie baden Ihre Hände in... Ich glaube, das ist etwas Deutsches. Ja, Sie baden gerade Ihre Hände darin. Ich spiele das vor. Mhm. Dass du das nicht kennst. Sie baden gerade Ihre Hände darin. In Geschirrspielmittel? In Palmolive mit natürlichem Protein. Mit natürlichem Protein. Was? Ganz wichtig für alle, die gerne mal trainieren, da ist Protein drin. Palmolive. Also ein Abwaschmittel. Ja, Geschirrspielmittel. Dass gleichzeitig die Hände super macht. Ja, weil früher hat man ja so rissige Hände wahrscheinlich gekriegt und die geht dann zur Maniküre und sagt, meine Hände schauen so furchtbar aus. Und dann tunkt er, ich war ja noch nie bei Maniküre, aber dann tunkt er die Hände wahrscheinlich eins am Aufwacken. und dann wagte ihre Hände schon auf den Palmolive, weil es die Hände so pflegt quasi. Gehe wirklich? Ja. Hast du das wirklich nicht kennst? Na, Wahnsinn. Also man braucht keine Maniküre, wenn man dieses Produkt verwendet? Nein, du brauchst zumindest keine Handcreme, weil das ist so das proteinreiche Pflegemittel für die Hände. Okay, einen habe ich noch. Und während Villariba schon feiert. Oh, Moment, ich wollte dir nicht zuerst sagen. Während in Villariba noch geputzt wird, wird in Villabajo schon gefeiert. Oder so ähnlich. Ich habe gerade gehört, ich habe es ehrlich falsch gesagt. Ich glaube, es heißt, weil in Villariba noch... Geschrubbt wird, wird in Villabajo schon gefeiert. Ah, genau, so wahrscheinlich, ja. Das ist das Feri Ultra. Genau. Das ist der Spot, wo sie dieses große Fest hatten mit der großen Paella, wo die Paella-Pfanne dann geputzt werden musste. Genau. Und während Villariba schon feiert, wird in Villabajo noch geschrubbt. Feri Ultra ist dermatologisch getestet. Es ist pH-neutral und schon selbst empfindlicher Haut. Ah, und mit Sicherheit auch proteinreich. Wahrscheinlich. Ja. Magst du noch einen Bonus-Track? Haben wir noch einen? Ich finde das ja so lustig. Ja, einen Bonus-Track habe ich noch. Und zwar, das ist jetzt schwierig, weil es sind nur zwei Worte und die sind eigentlich nur halbdeutsch. Konzentriert ich? Mhm. Lieber Arald. Ah, Bauchnabel, oder? Ja. Ja. Schöferhofer Weizenbier, hätte ich gesagt, oder? Nein. Nicht? Weißt du das noch? Nicht? Stimmt's? Ja, stimmt. Aber das ist ja... Palmolive kennt ihr nicht und das kennst du. Ich hab mir gedacht, das war irgendein Sprudel-Sekt oder so, weil Prosecco hat sie damals noch nicht gegeben. Nein, Schöferhofer Weizen. Boah, du bist gut. Wir hören nochmal rein. Lieber Arald. Kannst du mir nicht etwas von dir schicken? Eine Flasche von dem Bier, die so schön hat geprickelt in meinen Bauchnabel. Schöferhofer Weizen. Schöferhofer Weizen. Ja, so realistisch. Natürlich schüttet man sich beim ersten Date ein Bier in den Bauchnabel. Das ist nämlich... Also merkt euch das, liebe Männer, das mögen Frauen wirklich besonders gern. Ja, war cool, oder? Ja, voll cool. Jetzt bin ich... Wolltest du dir mal vorstellen, jetzt haben wir 2022, das ist ja jetzt alles 30 Jahre. Na, ja. Ja. Also und trotzdem hat man das nur so drinnen. Wahnsinn. Wie das funktioniert hat. So, und jetzt sind wir aber bei den Top 3 von dieser Woche. Vom unnützem Wissen, das wir auf Live-Radio gehabt haben. Also jetzt kriegt ihr noch was oben drauf. Und am Schluss habe ich nur für euch einen genialen Netflix-Tipp, auch für eure 90er-Fans. Oh, super. Also diese Folge ist so vollgepackt. Mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Nein, nimm's unnütze Feeling. Platz 3. Immer wieder gern dabei, bei uns sind ja die Supermodels. Jetzt geht es um Elle Macpherson. Die war aus Australien. Und war das nicht die mit der, mit der Adela de Capra, das war die Bündchen, genau. Die haben wir vor ein paar Wochen. Giselle Bündchen, ja. Genau, das kommt schon ganz durcheinander. Nein, das war die mit dem Lugner, die beim Opernball war, vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Ja, aber die eigentlich gar nicht kommen wollte, weil? Weil am Opernball bei den Gerichten, die es so gibt, dort zu kaufen, zu wenig vegane Gerichte dabei waren, dass sie gesagt hat, nein, da gehe ich nicht hin. Dann haben sie das noch ein bisschen korrigiert und dann ist sie doch mit dem Opernball Lugner dorthin. Okay, das war noch nicht einmal das unnütze Wissen eigentlich, gell? Sie war nämlich, wie du schon gesagt hast, Australierin und 1999 der allererste Star aus Australien überhaupt, die eine eigene Briefmarke bekommen hat. Also Briefmarke mit ihrem Kopf drauf. Wahnsinn. Ja, super. Gut, gehen wir gleich zu Platz zwei, der das toppen kann mit der Briefmarke. Platz zwei. Der erste Nummer eins, das tut uns jetzt fast ein bisschen leid für alle, die aus Deutschland zuhören, weil wir das nur für Österreich natürlich recherchiert haben. Der erste Nummer eins, der es in die österreichischen Charts reingeschafft hat, also der 1. Jänner 1990 Nummer eins war. Und das war Milli Vanilli mit Girl, I'm Gonna Miss You. Das ist dieses, it's a tragedy for me to say that love is over. Girl, I'm Gonna Miss You. Das war die erste Nummer eins und das war nur kurz bevor der große Skandal ausgebrochen ist. Das war ja dann Ende 1990, wie rausgekommen ist, dass Milli Vanilli die Typen zwar hübsch sind, aber das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was man da eigentlich hört. Wahnsinn. Damals war das nur Aufreger, heute ist es wahrscheinlich Standard. Ganz normal, ja. Sporttrends, die in den 90ern gestorben sind. Und da gibt es einen Sporttrend, der damals ganz groß war, den es heute wirklich nicht mehr gibt. Hast du das nie gemacht? Nein. In den 90ern habe ich mich mit Sport. Nicht beschäftigt? Nein. Bis erst jetzt so. Zwei Stunden Turnen in der Woche mit der Frau Professor Maringer und das war es dann auch. Okay. Tebo, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, das war damals ganz, ganz trendy, das Must-Have. Ich weiß auch, meine Cousinen haben sich da eine Videokassette gekauft, wo man sich das dann angeschaut hat und dann hat man daheim mitgemacht im Wohnzimmer. Und war voll super und voll anstrengend. So eine Mischung aus Boxen und Taekwondo und ein bisschen aerobik dabei. Und dann ist irgendwann die Nachricht gekommen, Tebo ist voll, voll schlecht, weil das die Gelenke viel zu sehr belastet und dann hat man sofort aufgehört und hat Inlineskaten angefangen oder was weiß ich was. Was für schonender ist. Ja. Für den Körper. Wenn es einen aufplattelt. Genau. Okay. Seien wir schon durch eigentlich, oder? Eigentlich sind wir fertig. Du wolltest noch einen Netflix-Tipp geben. Ja, und zwar Rebel Wilson, das ist diese australische Comedian-Frau, die jetzt so abgenommen hat. Ah, die früher ein bisschen? Ja, die war ein bisschen fester und hat dann gesagt, sie macht jetzt das gesunde Jahresleben oder so. Übrigens bei uns in Oberösterreich, beziehungsweise ist es schon Steiermark, glaube ich, in Bad Aussee. Bei irgendeiner Schönheitsfam hat die das gemacht. Wirklich? Okay. Hat dann mal Bilder gepostet vor dem See und so, also ist ja extrem schön. Bad Aussee? Was habe ich jetzt gesagt? Bad Aussee, ja. Ich glaube, es war Bad Aussee. Ich will jetzt schnell googeln, das ist nämlich gar nicht so uninteressant. Rebel Wilson. Rebel Wilson, das war die, die man zum Beispiel aus Pitch Perfect kennt, glaube ich, gell? Alt Aussee. Alt Aussee. Daneben. Genau. Steiermark, ne? Mhm. Steierische Salzkammergut. Ja. Und die Terry Hatcher, die ist ja eine meiner Lieblingsschauspielerinnen der 90er, weil die war die Lois Lane in Superman in der 90er-Serie. Okay. Die war auch gerade in diesem Ressort. Also ich glaube, die stehen sich überhaupt gerne noch nicht so ein bisschen auf Hollywood Stars. Da nimmt man recht ab dann, oder? Ja, oder eben extreme Wellness. Also bei der Rebel Wilson, die hat die extrem abgenommen und Terry Hatcher, die ist ja schon so durch. Die hat das einfach als Wellness gemacht und dann fleißig gepostet und das wird denen dann, glaube ich, dann bezahlt. Ich weiß nicht, wie es jetzt so funktioniert. Verstehe. Klar, Influencermäßig. Genau. Wir kriegen ja nicht einmal Freibad gratis Eintritt, weil wir so begonnen sind. Da will man uns auch nicht sehen. Na, Anti-Werbung, das stimmt. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeklitten. Du wolltest irgendwas, einen Netflix-Tipp für 90er-Freunde geben. Genau, genau. Und ich habe mal gestern Abend, also Rebel Wilson hat jetzt einen Film für Netflix gedreht, der heißt Senior Year. Mhm. Und da spielt sie, so typisch in der Highschool, also anfangen du jetzt in den 90er-Jahren. Ende der 90er auf einer Highschool. Sie ist so die klassische Cheerleaderin, also die Chefin der Cheerleader und will unbedingt Schönheitskönigin werden und bippa, bippa. Das typische amerikanische Highschool-Ding. Genau, genau. Und sie hat aber dann einen Unfall, fällt ins Koma und wird dann halt 20 Jahre später wieder aufgeweckt aus dem Koma, ist aber in ihrem Kopf quasi nur immer 17. Und in den 90ern stecken geblieben. Genau, genau. Und will dann quasi das Highschool-Jahr nachholen. Also normalerweise, ich bin ja so Thriller. Ja, das wäre gar nicht deine Ecke. Nein, aber wir haben uns gestern angeschaut, ich habe so viel gelacht, weil es einfach, es holt einen so ab, wenn man selber in den 90ern in der Schule war. Also es ist wirklich so einfach so, ganz am Anfang, wo sie ja beschreibt, wie es so damals war. Der Soundtrack ist ein Hammer, was der Britney Spears und Crazy und also die ganzen Hammer-Songs der 90er tauchen alle auf. Und dann trifft sie ihren Schwab und dann sagt sie irgendwie, was der da dreht, sie so um und grinst und sie sagt, oh mein Gott, der war so ein Wahnsinn. Und dann riecht sie auch noch nach CK-1. Und ich habe dann so viel gelacht, weil das damals ja wirklich das Ding war. Ich glaube, jeder hat nach CK-1 irgendwie. Das ist Calvin Klein, dieses Unisex-Parfait. Erinnerst du dich mit der weißen Flasche? Finde ich immer noch gut. Voll, ich habe das auch gehabt damals. Ah, schon wieder bei dir. Jetzt sind wir schon wieder werblich, gell? Ah, bling, bling. Aber es war ja Teil vom Film. Also eigentlich, im Film haben sie sich auch nicht blinkt. Okay. Ja. Also kann man empfehlen. So witzig. Wie heißt der nochmal? Senior Year. Also schaut euch diesen Film an, falls ihr einen Netflix-Zugang habt. Ihr habt ja jetzt auch zwei Wochen Zeit, weil nächste Woche ist Silja auf Urlaub. Da gibt es keinen Podcast. Ja, in Roma. Weil du Geburtstag hast, oder? Weil ich Geburtstag habe, ja. Auch endlich 30, ist auch mal schön, oder? Ja. Ja. Das glauben wir die Leute dann wieder. Obwohl sie okay. Kann man nicht glauben. Ja, genau. Genau. Darum bin ich auch in den 90ern in die Schule gegangen, weil ich ein Wunderkind war. Ja, genau. Hey, wir freuen uns schon voll. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Dir schon mal einen schönen Urlaub. Ja, und in zwei Wochen haben wir auch was ganz Tolles. Sollen wir schon sagen, dass wir Tamagotchis verschenken? Ich hätte zwar so im Detail nicht verraten, aber jetzt, ja, natürlich soll man das so sagen. Super. Vielleicht noch ein kurzer Tamagotchis-Sound, um Lust drauf zu machen. Das klingt ja wie Intensivstation. Das war der Sandviert-Tamagotchis-Tot leider. Ach so. Das ist jetzt nicht sehr positiv. Nein. Jetzt haben wir nur mal die Palmolive-Wärmung. Dann mache ich mir da ein gutes Gefühl im Bauch und ein bisschen extra Protein in den Tag entlassen. Bitte schön. Sie baden gerade Ihre Hände drin. In Geschirrspielmittel? In Palmolive mit natürlichem Protein. Unnützes Wissen der 90er Jahre. Der Live-Radio 90er Podcast. Oh, Mama Mia.